Freunde, hier sind wir wieder in StumbleGuys. Viele Grüße von mir, dem Dr. Eggman. Aber Freunde, ihr habt euch im letzten StumbleGuys-Video gewünscht, dass ich auf jeden Fall noch einen Teil mache. Und ich habe euch gesagt, Freunde, wir werden diesmal so auf das Glücksrad drehen, dass wir auf jeden Fall mindestens einen Special Skin bekommen. Ihr seht, wir haben 506 Marken. Das sind auf jeden Fall genug Marken, um ein paar Mal an dem Glücksrad zu drehen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt eine Runde spielen, drehen wir direkt auch ein paar Mal am Glücksrad. So, wir fangen direkt an, Freunde. Wir reden nicht viel und ich hoffe, wir bekommen wirklich heute endlich unseren ersten Special Skin. Und wir bekommen, wow, eine Frau, eine Prinzessin. Och, Manu, das fängt ja gar nicht gut an. Aber, Freunde, wir geben heute nicht so schnell auf. Wir machen weiter. Wir wollen keinen epischen Skin, keinen legendären Skin. Wir wollen den Special Skin. Och, Manu, die habe ich schon. Duplikat, ey. Direkt in Marken umwandeln. Und noch einmal drehen. Und komm schon. Danach spielen wir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Runde. Och, Manu. Und schon wieder nur episch? Was soll das? Den habe ich, glaube ich, auch schon. Och, Mann, ey. Hey, Freunde, ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen warm spielen, damit wir ein bisschen mehr Glück bekommen. Und, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr mehr von solchen coolen Stumbleguys-Videos sehen wollt. Und, Freunde, ich bin gespannt, was wir als erstes Spiel bekommen. Oh, okay, Pagansplash. Und wir spielen das Ganze nicht alleine, sondern mit der lieben Emily. Hey, Freunde, was geht? Moment mal, irgendwas ist hier falsch. Ich habe irgendwie den Noob-Skin, obwohl ich Dr. Eggman drin hatte. Hey, was soll das? Ich bin doch kein Noob. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, Lamy, das ist nicht gut. Ich hoffe trotzdem, dass dieser Noob-Skin dir mehr Glück bringt, als ich gerade habe. Oh, Mann. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Aber easy peasy. Ich bin richtig gut mittlerweile in dem Spiel geworden, Freunde. Ihr seht, ich... Ey, der hat mich einfach getreten, der Frechdachs. Oh, Mann, ey. Oh, Gott, oh, Gott. Ich bin hier gerade noch einer der Letzten. Oh, das kann ich dir gar nicht erzählen, ey. Oh, die haben so das Box-Emote. Oh, Mann, die können mich boxen und treten, Freunde. Wir haben natürlich auch den Battle Pass hier gekauft, also den Game Pass. Und am Ende bekommt man ja das Box-Emote. Und dann können wir die ganzen Leute auch endlich boxen, ey. Moment mal, Emily. Du bist rausgeflogen, du Noob. Red nicht mit mir. Ja, gewinn einfach das Spiel für mich. Na gut, das kann ich easy machen. Und danach, Freunde, ziehen wir auf jeden Fall den Special Skin. Wir werden jetzt immer nach jeder Runde ein paar Glücksräder drehen. Und ich hoffe, wir bekommen heute das Spiel Fußball. Das ist mein Lieblingsspiel hier in Stumblegeist. Und, ach, Mann, oh, Jungle Roll. Okay, aber das ist auch mega easy. Und, Emily, du bist ja schon draußen. Hey, reib mir das vielleicht noch ein bisschen mehr unter die Nase. Du kleiner Frechdachs. Ja, naja, ich bin nicht so schlecht wie du in Stumblegeist. Haha. Du, du bist echt gemein, Lamy. Dafür bekommst du heute keinen Special Skin. Oh, doch. Du wirst sehen, den bekomme ich noch, Freunde. Mit eurer Hilfe. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich muss dir sagen, ey. Die Spieler in Stumblegeist werden auch immer, immer besser, ey. So. Hier können wir auch einmal noch drüber springen. Oh, Gott, oh, Gott. Das war echt knapp. So. Und guck mal. Der hat diesen Tret-Emoji. Also, der kann so sliden und die Leute einfach wegtreten. Das ist echt unfair. Oh, Mann, da komme ich nicht mehr rüber. So. Da versucht er. Oh, Mann, wie schlecht bin ich. So. Und. Oh, oh. Nein. Ich bin. Oh. Ich bin wirklich noch viel schlechter. Oh, Mann, ey. Naja, Freunde. In der ersten Runde hatten wir nicht so viel Glück. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück bei den Skins hier. So. Wir werden wieder ein paar Mal drehen. Und komm schon. Wie cool wäre das, wenn ich diesen Special Skin bekommen würde. Aber nein. Ich bekomme wieder nur einen epischen. Und den habe ich auch schon duplikat. Ich bekomme mittlerweile nur noch Duplikate. Ich kann euch gleich meine ganzen Skins zeigen. Mittlerweile habe ich richtig, richtig viele. Und. Nein. Bleibt doch da stehen. Und schon wieder nur episch. Hey, was soll das? Und dann noch die. Die habe ich auch schon, ey. Moment mal. Ich zeige euch erst mal meine ganzen Skins. Ich habe jetzt neun legendäre Skins. Und das sind meine ganzen epischen Skins. Da fehlen mir auch nicht mehr viele, bis ich alle davon habe. Naja, Freunde. Aber ich habe immer noch keinen einzigen Special Skin. Moment mal. Wo sind die hier auch? Mann, oh, wie cool wäre das. Oh, der blaue Ninja wäre nice. Oder der wäre auch richtig cool. Der Drache hier. Deswegen. Kommt schon. Ich. Ich muss ihn jetzt endlich ziehen. Ein Special Skin. Es ist eigentlich egal, welcher von den ganzen vier Skins. Wenigstens einer. Und. Nein. Dreh doch noch ein bisschen länger. Den habe ich auch schon. Ich ziehe nur Duplikate. Na gut, Freunde. Noch einmal. Wir haben ja noch genug Marken. Wir werden heute alle Marken ausgeben. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Den habe ich auch. Oh, Mann. Einmal können wir noch drehen, Freunde. Danach spielen wir wieder. Und nach dem Spiel drehen wir natürlich weiter an den Glücksrädern. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Den habe ich auch schon. Oh, Moment mal. Den habe ich noch gar nicht. Naja. Dann rüsten wir den jetzt einfach mal aus. Den blauen Dinosaurier. Und spielen damit einfach eine Runde. Okay. Das erste Spiel ist Humble Stumble. Das ist mega easy, Emily. Moment mal. Ich habe immer noch den Noob Skin. Was soll das, ey? Oh, Gott. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug irgendwie. Denn ich. Oh. Ich bin so schlecht, ey. Oh, Mann. Was mache ich? Warum gehe ich auch links lang? Eigentlich gehe ich immer durch die Mitte. Ich habe einen richtig coolen roten Skelettskin, Lamy. Musst du auf jeden Fall gleich mal gucken. Oh, das ist der legendäre, oder? Oh, ja. Und ich fand den ziemlich cool. Also dachte ich mir, ziehe ich den mal an. Und ich schaffe das sogar vor dir, Lamy. Ähm, nein, schaffst du nicht. Ich habe es schon lange geschafft. Ich sehe doch, dass du gerade erst ins Ziel läufst. Das stimmt doch gar nicht. Das war ein Faker. Das war Fake, Lamy. Ach so. Und das zweite Spiel ist, oh, Laser Tracer. Da bin ich eigentlich auch mega gut drin. Okay, ich weiß es noch nicht. Ich habe das noch nicht so oft gespielt, um ehrlich zu sein. Ach, Emily, keine Sorge. Das ist mega easy. So, ich sage das jetzt und gleich sterbe ich bestimmt als einer der Ersten. Oh Gott, warum sind direkt zwei hintereinander? Oh, das war bei mir auch schon ganz knapp, ey. Ich dachte, ich stehe. Aber das wäre echt peinlich gewesen. Oh Mist. So. Was ist das denn jetzt? Oh Gott, nein. Ähm. Das hat keiner gesehen, Freunde. Wir öffnen einfach weiter Glücksräder. Och Mann, wie schlecht bin ich geworden in Stumbleguys. Ähm. So, ähm. Ich habe mich verloren, Freunde. Das hat niemand gesehen. Und. Komm schon. Komm schon. Oh. Den habe ich heute schon zehnmal gezogen, diesen blöden Skin. Oh. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal drei auf einmal. So. Jetzt bin ich gespannt. So, das öffnet sich. Jetzt. Oh. Ja. Ich habe ihn endlich gezogen. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe es. Ich habe es. Oh. Oh mein Gott, fast noch einen zweiten. Was geht hier ab, Freunde? Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Das kann jetzt ganz schnell vorbeigehen. Ich. Ich. Hab. Den Special Skin gezogen. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. Ich kann es gerade nicht glauben. Moment mal. Wo ist der? Ich habe ihn, Captain Goldheart. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe ihn wirklich gezogen. Das ging so schnell auf einmal. Freunde, wir müssen auf jeden Fall mit diesem Skin erstmal eine Runde Stumball Guys gewinnen. So, Freunde. Die erste Runde beginnt. Und ich hoffe wirklich, ich habe jetzt nicht den Noob Skin drin, sondern wirklich den legendären. Nein. Ich habe den Noob Skin drin. Was soll das? Oh, das tut mir wirklich leid. Lami. Aber vielleicht gewinnst du ja das Spiel. Ja, hoffen wir mal, Freunde. Ich glaube, ich muss Stumball Guys irgendwie neu öffnen oder so. Irgendwie habe ich die ganze Zeit diesen blöden Noob Skin drin. Was soll das? Ich glaube, Stumball Guys will nicht wirklich trollen. Oh Mann. Okay, Lami. Oh, du bist ja direkt vor mir. Okay. Oh, wow, 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 wow. Hä? Gehst du einfach an der Seite da lang? Hä? Ja, klaro. Ich bin der Profi. Okay. So, und ich habe auch schon gewonnen. Let's go. Okay, ich bin dicht hinter dir. Ich werde es als zweite schaffen. Yeah. Let's go. Und, oh, das zweite Spiel ist direkt Blockdash. Oh, weia. Das wird schwer für dich, Emily. Ja, da habe ich auch das letzte Mal, ähm, ja, verpuppert. Mhm, verpuppert also. Okay. Aber ich glaube, ähm, das ist noch gar nicht so schwer. Das ist erst im Finale so richtig schwer. Aber als zweites Spiel ist es babyleicht. Also, hier zu verlieren, das ist echt peinlich, Emily. Okay, nee, 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 ich werde nicht verlieren. Es sind ja auch schon zwei im Finale drin. Das ist gut. Äh, zwei im Finale drin? Äh, zwei eliminiert. Oh Gott, oh Gott, ich bin, okay, drei eliminiert. Lami, das sieht gut aus für uns. Warte mal. Äh, Emily, beeilich. Haha, du Loser. Nein. Oh, 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 okay, ich habe es geschafft zum Glück. Aber, Freunde, da oben sehen wir, ich hatte den Goldskin drin. Aber wenn ich spiele, dann ist der irgendwie weg. Das ist total komisch. Ich muss das Spiel gleich auf jeden Fall neu starten. Und, Freunde, nicht vergessen, bleibt bis zum Ende dran. Denn vielleicht ziehen wir sogar noch einen zweiten Special Skin. Wir werden alle Marken heute noch ausgeben. Oh Mann, das Spiel habe ich gar nicht mal so oft gespielt. Deswegen, ich gucke einfach mal, wo wir lang laufen können. Oh, okay. Du schaffst das, Lami. Ich glaube, ich schaffe es doch nicht. Ich werde... Oh, Manu. Oh, ich bin total schlecht, glaube ich, in diesem Spiel. Na gut, Freunde, ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich gebe nicht auf. So. Zack. Okay, wo sind die letzten Spieler? Hä? Irgendwie sind alle weg. Warte mal. Du wirst es wahrscheinlich gewinnen. Pass auf. Die Lava steigt, Lami. Oh Gott. Okay, du musst da stehen bleiben. Ja, alles gut. Aber... So. Wow. Du gewinnst, Lami. Hä? Äh, natürlich gewinne ich. Natürlich. So, ich bleib einfach mal hier stehen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Okay, okay, pass auf. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Du musst mich beeilen. So, zack und zack. Und einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Oh Mann, was machst du denn? Hier, hier, hier und komm schon. Let's go. Gewonnen. Oh mein Gott. Mit dem Goldskin, den ich eigentlich drin hätte. Warte, jetzt sehen wir den. Oh Mann, wie cool sieht das denn aus? Oh yeah. Freunde, ich habe es euch allen bewiesen. Ich habe den Special Skin direkt gewonnen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir ziehen jetzt einfach mal den restlichen Marken. Moment mal, wir haben 220. Das heißt, wir können jetzt sechsmal drehen. Und wir werden jetzt alles ausgeben. Und mal gucken, vielleicht bekommen wir sogar noch einen coolen Skin. Den habe ich, glaube ich, schon. Ja, Duplikat. Mal gucken. Und den habe ich auch schon. Den habe ich auch schon locker fünfmal oder so gezogen. So. Und den habe ich auch schon. Oh Mann, ich habe wirklich fast jeden Skin, Freunde. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr auch schon so viele Skins habt. Den habe ich auch. Oh Mann, bis jetzt hatte ich jeden Skin. Kann das sein? So. Und. Oh, den habe ich auch schon. Wow. Toll, Stamilgeist. Vielen Dank für die ganzen Duplikate. Und den habe ich, glaube ich, auch schon, oder? Ja, wirklich. Ich habe einfach nur Duplikate gezogen. Das heißt, Freunde, wir haben jetzt wieder 100 Marken und können dreimal, nee, gar nicht nur zweimal drehen. Vielleicht bekommen wir jetzt nochmal ein Duplikat. Dann können wir noch ein letztes Mal ziehen. Und. Oh, den habe ich auch. Okay, Freunde. Das heißt, wir können danach noch ein letztes Mal drehen. Und. Oh. Oh, was? Was? Das war wieder so knapp, ey. Oh Mann, ey. Na gut, Freunde, noch einmal können wir drehen. Die letzte Chance auf den Special Skin. Kommt schon. Nein, bleibt doch stehen. Schon wieder? Die habe ich auch schon 100 Mal jetzt gezogen. Na gut, dann können wir sogar noch ein letztes Mal drehen. Das ist aber wirklich jetzt das allerletzte Mal. Und. Wir bekommen. Dr. Eggman schon wieder. Was soll das? Den habe ich schon noch. Oh. Das heißt, wir können noch mal drehen. Ey. Wie oft kann ich denn noch drehen? Ich glaube, Stumblegeist will mir noch ein Special Skin geben. Die spüren, dass ich den brauche. Oh. Oh. Was? Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich bekomme den nochmal. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für heute, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mir den Skin gönnt. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Freunde, falls ihr wollt, dass ich nochmal versuche, ein Special Skin zu ziehen. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und bleibt aktiv. Und dann würde ich sagen, Freunde. Links zu Dress. Seht ihr jetzt auf jeden Fall noch die letzten zwei Videos. Die könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten, Freunde. Checkt noch Emilys Kanal ab. Dort gibt es auch coole Roblox und coole Stumbleguys Videos. Und Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und tschaui. Tschüss. Tschüss.